Liebe Stadtkristler, einen schönen guten Tag. Vorige Woche hatte ich nach dem Begriff Beginen gefragt. Beginen, das waren Frauen im Mittelalter, die sich zu einer sogenannten Gemeinschaft christlicher Laien zusammengeschlossen hatten und auch selbstständig ihren Lebensunterhalt sicherten. Ähnlich wie die Nonnen lebten sie in klosterähnlichen Hausgemeinschaften zusammen. Der eine oder andere kennt vielleicht den Begriff Beginenhof. Diese Beginen mussten aber kein Gelübde ablegen und konnten so auch leichter die Gemeinschaft wieder verlassen. Das Beginengässchen in Düsseldorf-Gerresheim führt vom Altenmarkt direkt zum Gerrikusplatz vor der Kirche St. Margareta. Es ist ein enges kleines Gässchen, das aber mit seiner Namensgebung an die Beginen in Gerresheim so aus der Zeit des 14. Jahrhunderts erinnern soll. Die Frage für nächste Woche lautet, was haben denn die Städte wie Redding, Haifa, Chemnitz, Warschau, Moskau, Schieber, Palermo und Chongqing gemeinsam? Dann sage ich mal bis nächste Woche und viel Spaß beim Raten. Dann sage ich mal bis nächste Woche. mal.